Ich hoffe, dass noch ein paar Zuschauer da geblieben sind, denn wir, die, die es bis jetzt geguckt haben, haben ja gesehen, der Anfang war etwas schleppend. Ich glaube, es ist halt nicht Jedi Knight, es ist ein Spiel, was einfach länger atmet. Es war halt auch ein bisschen so, dass es mich genervt hat, sag ich euch ganz ehrlich. Ich bin ja voll in der Community drin jetzt, ich bin ja voll der Let's Player. Hab natürlich mit anderen großnamigen Let's Playern geredet, aber die haben genau das gleiche gedacht wie ich. Die waren auch genervt von dem Kochen und von den Sachen, die ich auch angesprochen hab. Dieses so ein bisschen, dass man so ins kalte Wasser geworfen wird und eigentlich gar nicht weiß, was man machen soll. und so viele Lösungswege gibt für einzelne Sachen. Ich hab Bock und ich auf ihr hab Bock und jetzt gehen wir mal rein ins Spiel. Da war ja so ein Viech, das muss ich jetzt erstmal besiegen. Let's do this. Ich versuch mal zu blocken oder auszuweichen. Ach, geil. Cool, das hat auch mal gut geklappt jetzt mit Blocken und Schild. Ein Moblinhorn. Ich ziehe ein Zutat, okay. Eine Bockkeule. Ne, brauche ich nicht. Soll ich das Zeug hier nehmen? Ja. Jetzt hab ich wieder gepfiffen, war ja eigentlich klar. Oh, Scheiße. Äpfel gibt's ja, die sind dann mehr. Boah, der Typ ist krass. Boah, der war nice, Leute. Ein Wischmob. Was will ich denn? Wieso läuft der denn mit einem Wischmob rum? Ich versuch jetzt mal, nicht alles aufzuheben. Ich glaub nicht, dass man so mega looten muss hier immer. Weil nachher ist die Tasche voll. So, was geht hier ab? Ist ja cool. Machen die mir was? Oder sind die friendly? Das sind richtig viele. Ich hau ab. Da hab ich keinen Bock drauf. Ich check das jetzt einfach mal aus auf dem Weg. Jetzt seh ich's auch, dass es blau wird. Das ist mir halt vorher echt nie aufgefallen. Einfach zu blöd gewesen. Okay, geil, Leute. Ein Schrein. Hab ich Bock. Hab ich Bock, Blähnen drauf. Oh, guck mal, hier Wind. Classic. Classic Zelda. Ah, das macht Bock. Du hast mal eine zweite Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der außergewählte Held. Das wissen wir doch jetzt langsam. Das hast du mir jetzt schon viermal gesagt. Es war einmal ein Donny, der ein Let's Play begann. Es war ein grauer und ein kalter Morgen. Er verließ das Haus. Seine Haare waren zersaust. Er ging auf die Straße. Und dann passierte etwas. Die Story wird beim nächsten Mal laden weitererzählt. Oh, ich hol mir die Kiste. Na klar hol ich mir die Kiste. Yes, Mann. Nein, ich hab ausgesehen so einen anderen Sprung gemacht. Egal, die holen wir uns noch, die Kiste. Yes. Geil. Ein violetteter Rubin. Ey, die ersten Rubine, Leute. Rubinkarte. Kochen ist jetzt erst mal vom Menü, Leute. Ich versuche jetzt erst mal, alles anders zu lösen. Okay, wer ist der, Dude? Das ist doch... Ey, unser... Geil, Leute, passt auf. Unser erster Mensch, also der nicht der alte Mann ist. Creepy Typ, der mit sich selbst redet. Und mir das erzählt, was ich eigentlich schon weiß. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch einige. Kenne ich, weiß ich. Pasch auf dich auf. Zwei Sachen ziehe ich aus diesem Gespräch. Ich mache erst mal keine Stimmen mehr nach. Weil es viel zu anstrengend ist. Zweitens. Äh, er hat mir jetzt nicht verraten, wie ich diese Dinger zerstöre. Finde ich ein bisschen schade, dass er mir jetzt nicht gesagt hat, wie ich die killen kann. Er hat mir jetzt einfach nur gesagt, dass es die gibt. Ja, da. Also, Mann mit den komischen Ohren. Ciao. Ey, Leute, Bockblindenlager. Haben wir Bock? Haben wir Bock auf ein Bockblindenlager? Oh ja, nee, ich habe einfach nichts, damit ich... Nee, das machen wir jetzt nicht. Oh, da sind Bockblins. Sorry. Ich mache jetzt mal was richtig krasses. Ich gehe jetzt auf den Berg und rolle die Bombe runter. War das nicht schla... Das war doch nice, oder nicht? Geht mal hin, geht mal hin, geht mal hin. Ja, ja, checkt mal aus. Was ist das? Das ist ja interessant. Jetzt gebe ich dem einen den Rest. Scheiß, ich bin gleich tot. Schnell, ein Apfel. Oh, das sieht nicht gut aus. Nein, oh, der hat mich mit einem Schlag. Oh, der hat mich mit einem Schlag. Ich hatte gerade volle Energie. Als er das Haus verließ, war dort eine Banane. Er dachte, vielleicht rutschte er auf dieser Banane aus. Doch er war schlau, er ging zur Seite. Dann ging er weiter. Ich will den jetzt... Ich will den hinkriegen jetzt. So, wo ist jetzt der andere? Ist der wirklich ertrunken? Ach, geil. Die können nicht schwimmen, die Bockblins. Och, schade, aber auch. Speichern. Zack. Speichern. Eine Schleichschnecke. Alles klar. Passt gut zu meinen Eicheln. Herzlalalalalalalalalalalalalalich. Willkommen zurück aus der Werbung. Wir haben gerade ein Bockblinnlager. So was von aufgemischt mit einer geilen Bombenaction. Ich habe die von da oben hier runterrollen lassen. Wie eine Kegelbahn war das. Ich war ja jahrelang in Berlin im Kegelverein. Da habe ich das gelernt. Schön. Zwölf Bier trinken und einen Kegel im Keller spielen. Schultheiß. Richtig geil. Oh, was ist das? Soll ich das jetzt jagen? Obwohl es echt gemein ist, weil es ein unschuldiger Bock ist? Vielleicht ärgere ich mich, wenn es heißt, oh, sie brauchen Bockfleisch, um diesen Wams herzustellen. Aber er guckt mich an, ne? Ich habe das Gefühl, ich muss es machen. Ja, ciao. Er hat mich gehört. Bergziege doing Bergziegethings. Das sieht interessant aus. Was ist das für eine geile Blume? Die bringe ich Zelda mit. Oh, die ist tot. Pilz. Und dann ab auf die Goa-Party. Goa-Party. Was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen cooler fand bei den alten Zeldas, es gab halt einfach Herzen. Fertig. Gut, aber man muss sich auch auf neue Sachen einstellen. Die Leute mochten mich bei Rocket Beans auch am Anfang alle überhaupt nicht. Jetzt mögen mich die meisten nur nicht. Da ist der Bock, Jungs. Ich habe mir den Bock jetzt. Ich bin triggered. Nein, ich wollte nicht mehr. Die beiden, ich verwechsel die immer, welches von denen, äh, Pfeil ist. Wow, was sind das für Schweine? Okay, ciao. Ne. Wow. Was sind das für Schweine? Ey, wie gut die treffen. Habe ich irgendeine Waffe, die irgendwie Kraft hat? Ja. Oh, Stachelbock habe ich. Die sind irgendwie süß, finde ich. Die da rumtanzen. Ja, check es mal aus. Komm. Ciao. Ach süß, die weichen auch aus. Scheiße, ich habe die falschen Tasten gedrückt. Ciao. Das war nice. Ach, geil. Ja, so geht das mit dem Ausweichen. Oh, mit einem Schlag macht er mich wieder. Der ist so ein Sch... Der ist... Wieso macht er diese blauen? Die sind krass. Ich hatte den fast. Habt ihr gesehen? Ich hatte den fast. Er ging die Straße entlang. Die Banane machte ihm gar nichts aus. Doch es war Zeit, die Straßenseite zu wechseln. Er schaute nach links. Er schaute nach rechts. Es kam kein Auto. Er betrat die Straße. Jetzt kommen die von hinten auch noch. Das wird schießt. Okay. Die blauen Typen sind einfach, ähm... Sind hart. Sind zu einfach. Die sind einfach hart. Die dürfen, die dürfen... Als er die Straße betrat, beschleicht die ihnen ein mieses Gefühl. Ja, komm. Ja. Da ist doch so ein Ding. Ja! Nice, Stein. Nur noch der blaue. Komm, wir machen den jetzt. Ja! Scheiß blauer. Ja! Auch nice. Komm her hoch. Du blauer Bockblind. Ich mach dich quack. Yes! Bockblindlager offiziell aufgemischt. Tja, das war nicht schlecht mit dem Runterrollen, ne? Ha? Ohne Google und nix. Einfach hier Gehirn benutzt, Leute. Gehirn. Benutze ich viel zu selten. Ein fucking Soldatenschild mit 16. Alles klar, alles klar, baby, alles klar. Hier ist ne Eule oder sowas. Ich hab ne Eule gehört. Oh, das ist ein Rehe. Das sieht natürlich auch interessant aus, ne? Aber da sieht es halt auch interessant aus. Das Schild. Das Schild hier. Geiler Ziegenbock. Hi. Hey, Bock. Tschüss, mate. Oh, hey, ich wollte noch Hallo sagen. Ich hab dich vorhin verschont, du Arschloch. Ja, hau bloß ab. Undankbarer Bock. Okay, hier ist wieder ein Lager, glaub ich. Aber hier ist niemand. Die Luft ist rein, Baby. Das klingt interessant aus hier. Nehmen wir noch ein paar Goa-Pilze mit. Super dunkel hier. Äpfel kann man immer gebrauchen. Ein paar geile Eicheln. Was ist das hier? Und was ist das hier? Sind das leuchtende Fische? Da war schon wieder dieses Geräusch. Huhu. Da war grad so ein Horn. Hab ich gerade gehört. So ein... Mit dem werd ich fertig. Da ist schon wieder was explodiert. Komm mir noch mal her, du. Komm mir noch mal her. Ja. Au. Son. Leute, speichern. Da kenn ich nix. Oh, mit einem Schlag. Ciao. Ich misch die oben jetzt auch noch auf. Leute, komm, wir haben einen Run. Wir haben einen Bockblind-Run. Wir sind der Bockblind-Destroyer. Schleichmodus activated. Oh, scheiße. Oh, gegen zwei blaue gleichzeitig. Jetzt geh ich richtig ab. Bitch. Geiles Schwert. Oh, Reisezweihänder. Mann, wieso gibt's denn hier keine Kisten mehr, immer wenn ich die Jungs aufmisch? Die Dinger check ich irgendwie auch immer noch nicht. Muss ich da hochklettern eigentlich? Da ist ein Boot. Wenn ich da mal nicht irgendwas mitmachen kann. Geil. Was ist das? Soll ich dagegen schlagen? Aber dann geht das Schwert kaputt. Boah, das ist irgendwas. Was ist das? Ja. Oh, geil. Guck mal. Ein Diamant. Ja, gib mir lieber Rubine, Leute. Ich brauch's, ich brauch's, damit ich Rubine im Club schmeißen kann. Ich bin's, euer Herr Bockblind-Aufmischer. Willkommen auf meinem Kanal. Nicht vergessen, abonnieren. Lasst mir einen Daumen hoch da. Lasst mir ein paar Kommis da. Freue ich mich. Hier sind Flamingos. Das ist doch so geil. Typisch Zelda. Du siehst auf einer Karte irgendwie einen Punkt, denkst du so, hm, da komm ich doch schnell hin. Läufst und läufst, kommst immer näher. Und dann merkst du eigentlich erst so, hm, okay, das ist genau so gemacht, dass es auf jeden Fall ein Hindernis gibt, wo ich dann wieder irgendwas brauche. Aber das ist gut. Das finde ich, das ist eine gute Sache. Früher war das immer auch bei den Gorgonendörfern oder so. Hat man, glaube ich, immer schon ganz früh gesehen, okay, da kann man hin. Man konnte aber da nicht hin, weil man irgendwie, ich glaube, man brauchte diese schweren Boots oder so, ne, damit man diese Steine wegschieben konnte. Irgendwie sowas. Ist auch egal, ich geb hier wieder gefährliches Halbwissen weg von mir. Ich bin's wieder, der Bock-Blind-Lager-Aufmischer. Ne, die lass ich jetzt. Da gibt's keine Kiste, glaube ich, oder? Habe ich das vielleicht richtig verstanden, dass es immer nur eine, es gibt nicht immer nur automatisch eine Kiste, wenn man Bock-Blind-Lager aufmischt, sondern wenn da halt oben, da muss eine liegen, ne? Also die taucht ja nicht einfach auf. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Donny benutzt sein Gehirn live mit seiner Erzählstimme. Ja, ich frag mich grad, wie ich da hochkomm, ne? Klettern wird nicht reichen, aber wir probieren's einmal. Das reicht nicht, oder? Doch, das reicht. Na klar reicht das. Kletter, Link, kletter. Kletter um dein Leben. Nächstes Mal mach ich dich platt dabei, da hast du mich letztes Mal hier so angeboxt. Ja, gehen wir noch ein Stück höher. Komm, ich glaub, wir müssen jetzt einfach hier klettern. Nicht, dass er mich jetzt runterboxt. Ja, der ist weg. Ciao. In den Berg reingegangen. Ja, das reicht doch locker. Da kann ich sogar mal ein Stückchen springen, oder? Nee, das Risiko geh ich jetzt nicht ein. Das wär dann wieder so ein Classic, Donny. Ich spring. Mit. Die Pilze lass ich mal rechts liegen. Eigentlich sagt man ja links liegen, aber der Pilz war gerade rechts neben mir. Deswegen hab ich gesagt, lass ich mal rechts liegen. Verstehst du, was ich mein? Das war so ein cooler Witz von mir. Ich weiß nicht, ob du ihn verstanden hast, aber hab ich gerade gemacht. Boah, jetzt sind wir auf dem fetten Berg oben drauf, alle. Oh, oh. Ja, toll. Wenn der das jetzt beschützt, dann bin ich natürlich gearscht. Oh, die Dinger sind echt fies. Ne, da mach ich einen Bogen drum. Da mach ich einen Bogen drum. Nein. Ja, ein Schuss tot. Ciao. Auf der anderen Straßenseite angekommen, wurde ihm schnell langweilig. Er drehte sich um, nach links, nach rechts und er wechselte wieder die Straßenseite. Tja, jetzt bin ich natürlich nicht mehr auf dem Berg oben drauf, sondern genau an dem Punkt, wo ich heute gestartet bin. Danke, Donny. Die Frage ist, kann ich außen rum gehen? Wo ist mein Parasiel? Ey, das hat sich nicht geöffnet. Nicht immer gleich rumheulen, Donny, ne? Probier doch einfach mal. Konzentrier dich doch mal. Da ist ein Krokodil. Ein Frosch. Aber ich sehe dieses Bockblinnlager und denke mir, ihr habt was, was ich gern hätte. Oh, das nehme ich mir. Hat der Bock auf eine kleine Bombe? Ein kleines Schweinchen? Was rollt denn da in meine Hütte rein? Hm, das ist blau. Was ist das denn? Das ist eine Bombe, Bitch. Oh, genau das Gleiche. Lass mal hingehen. Wird bestimmt nicht nochmal explodieren. Doch, oh oh. Der hat das Horn geblasen. Oh oh. Das wird der epischste Kampf, den ich bis jetzt je gesehen habe. Ich werde sie vernichten. Okay, eins ist down. Jetzt haut er ab. Die haben Schiss vor mir. Der ist echt abgehauen. Warum haben die Schiss vor mir? Ich kann doch nichts. Yes. Hat geklappt. Jetzt gebe ich denen den Rest. Soldatenschwert bricht gleich. Oh, ich will nicht, dass es bricht. Das war so geil. Oh, du Schwein. Oh, ihr Schweine. Erst mal Wildessen, Alter. Und noch ein Apfel dahinter. Als Nachtisch. Ja, mit so einem Schild hast du nicht gerechnet, du Scheißpapplin. Oh, scheiße, Leute. Jetzt, come on. Nice. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Nein! Nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hatte noch einen Schlag, weil ich einfach dumm bin und immer das Risiko eingehe und denke, oh, ich brauche jetzt keinen Apfel. Die Straßenseite gefiel ihm auch nicht, aber er dachte sich, er muss in einen anderen Teil der Stadt laufen. Also ging er los. Nice one. Autosave. Gotta love it. Oh, bitte sag sowas nicht, Donny. Gotta love it. Das klingt so widerlich. Ach, scheiße. Ich habe es verkackt. Oh, die sind dumm. Die haben sich selber nicht aufgesprengt. Mit einer Axt mache ich dich. Zwei Hände. Oh, es ist langsam. Ja, schon wieder einen blauen weg. Dieses Lager wird noch aufgemischt, Leute. Kanonenfutter. Yes! Nice. Gib mir eine Kiste jetzt als Belohnung, bitte. Das war jetzt schon voll der Stress. Hier sind zwei Kisten, Baby. Gib mir Rubine. Bernstein. Immerhin nichts mit kochen. Oh, ein Röstbarsch. Ist doch lecker. Was ist das da oben? Ne, das geht Flix. Flux. Fix heißt das. Ey, da ist ein Bock mehr auf ein Pferd, oder was? Das Pferd will ich haben. Komm du mir her. Oh, war der Schuss. Nice. Und ich habe ein Pferd, glaube ich. Ich habe ein Pferd. Ey, Mahenja! Ich habe ein Pferd. Täscheln. Was heißt Täscheln? Links. Servus. Bist du ein Pferd? Da macht das irgendwie gar nichts, wenn ich Täscheln drücke. Hüha! Ja, das sage ich auch. Wenn man größere Entfernungen gehen will, legt man sich am besten einem Pferd zu. Duh. Ja, es ist geil mit Pferd. Täscheln. Was heißt Täscheln? Ich bin nicht geritten früher. Ich weiß nicht, was Täscheln heißt. Erschrecke ein Huhn. So legt er sein Ei. Aber übertreiben sollte man es nicht, denn im Zweifelsfall lachen die Hühner zuletzt. Okay, Lowfella. Du bist auf jeden Fall weird. Ich habe gerade original eine SMS bekommen und dachte mir so, okay, ich gucke es später. Ich habe kurz mal drauf gedinkt. Das ist eine SMS von Dominos. Drei für zwei günstige Pizza gratis. Ich bin also, selbst Dominos schickt mir SMS. Also, selbst die wissen, dass ich mittlerweile ein Fettsack bin. Die Frage ist, kann ich den jetzt rufen? Nö. Wir kommen in unserem Ziel näher, Leute. Ich täschel noch mal. Ich weiß immer noch nicht, was Täscheln ist. Vielleicht ist das wie Daten mit einer Frau, wenn du irgendwie genug nett bist, dann wird sie dein. Ha, du Bock. Blöder Bock, ey. Scheiß Bock. Du bist kein Geißbock, du bist ein Scheißbock. Ja, ciao. Ja, lass mich weg. Du warst nett und so, aber ciao. Diesen Berg, den erklimmen wir jetzt. Ich speichere jetzt mal. Das ist halt die Frage, ob uns jetzt noch auf dem Weg nochmal so ein Laseraugen-Dude über den Weg läuft. Oh, warte mal. Da kann er gar nicht laufen. Reicht das noch? Oh, das wird ganz schön knapp, Leute. Das wird richtig knapp. Hei, hei, hei. Och, bitte. Bitte, 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 bitte. Komm. Komm. Fall jetzt nicht runter. Nein. Okay, hier ist ein Vorsprung gewesen. Okay, ich cheate gerade fast. Ich zu sweet cheaten. Geil. Ich glaube, das ist gar nicht dafür gemacht. What? Wie geil habt ihr gesehen? Ich glaube, das war gar kein Vorsprung. Ich bin da einfach irgendwie hängen geblieben. Wie ich auch in meinem Leben. Cool, hängen geblieben, passt. Okay, den letzten Rest machen wir Reinhard Messner Style. Kletterprofi. Kletterprofi könnte auch so eine Sendung auf Vox sein. Die Kletterprofis. Das reicht nicht, glaube ich, weil ich dumm bin und gesprungen bin. Nein, ich bin gehüpft. Oh, okay, alles klar. Mordor da hinten. Guck mal, sieht aus wie ein Mordor. Da haben wir das Augenland. Und hier haben wir Frodo Beutling. Boah, ich bin jetzt aber auf einem ganz schönen hohen Gipfel hier. Seht ihr das bitte? Was da so geil leuchtet? Was ist das? Sanji, ein kurzer Schwerter. Okay, ja. Das ist ein fucking Schwert in einem Stein. Da geht man automatisch doch von Master Schwert oder halt irgendwie Excalibur-mäßigen Schwert aus. Das ist halt das Sanji-Kurzschwert mit 15. Ich hatte schon stärkere Schwerte. Was ist hier los? Was passiert hier gerade? Alter! Was geht? Das ist einfach so passiert. Link, sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Was zur Hölle? Also eine bestimmte Uhrzeit gibt es wohl oder was? Und da sind die Gegner besonders hyperaktiv. Das ist die Luftlinie, in der wir müssen. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach genau in die Richtung Para segeln. Worüber fliege ich da eigentlich gerade? Über ein Dorf oder über ein Bockblänenlager? Vielleicht habe ich Bock auf das Dorf. Ich habe Bock auf das Dorf. Ja, natürlich habe ich Bock auf das Dorf. Das ist Kakariko, Alter. Musik gefällt mir, aber ich muss schon sagen, ein bisschen fehlt einem die typische normale Kakarika-Musik. Das war aber übrigens, das war Majora's Mask. In der Stadt, ne? Du solltest unbedingt Impa, unsere Anführerin, aufsuchen. Wo finde ich sie? Ja, Impa muss man auf jeden Fall machen. Okay, wir gehen direkt dahin auch. Ja, ganz ehrlich, das hier erinnert mich von der Grafik ein bisschen an... Ach Mensch, wie hieß es denn jetzt nochmal, der Teil? Weißt du das, Paul, noch? Weißt du, was ich meine? Eine große Nummer. Ich weiß, dass es einfach ist. Mein Gehirn ist gerade... Ach Mensch, wie hieß das denn nochmal? Das erinnert mich an die Grafik da von dem letzten Teil da. Far Cry! Far Cry meine ich. Okay, die wollen mir irgendwas Böses. Wer bist du? Das hier ist Impa's anwesend. Ich geh mal direkt jetzt. Ich dachte, vielleicht gibt es hier noch irgendwie ein geiles Gelöt. Schalt hier etwa der, dem Großmutter immer spricht. Link, Baby. Ich heiße Papaya. Papaya, Papaya, Coconut Banana. Puh, endlich ist es draußen. That's what she said. Paya ist süß. Ich mag Paya. Gieß mir sympathisch. Guck mal, das sieht so geil aus. Also es ist so ein bisschen wie so, ich habe das Gefühl, wie so der feuchte Traum eines Japan-Touristen. Diese Musik und diese Häuser und so. Wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Ich würde die auch jetzt gern hören, Impa. Sag ich dir ganz ehrlich? Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sich zu sterben? Natürlich. Wie, das war es. Ich muss dir einfach nur sagen, dass ich dafür sterben kann oder was? Pat ziehen, okay. Cool. Na, 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 na. Das fand ich ganz interessant. Cool gemacht. Um diese Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen. Das habe ich mir schon fast gedacht und befürchtet. Der Titan von Mipha, der Zora, das sind diese Wasserdudes, nannte sich Varuta. Und Obosa von den Gerudo steuerte Varnoboris. Ey, schwer zu lesen. Vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Okay, wo ist Hateno? Wir sind offiziell in der Hauptquest sozusagen drin, der Klassiker, Koronen, Soras, die anderen beiden habe ich gerade vergessen. Aber ja, jetzt geht es in die Dungeons, glaube ich. Und das ist natürlich geil. Vielleicht muss ich tatsächlich ein bisschen im Dorf abchillen und so ein bisschen mit den Leuten reden, um ein paar coole Items zu kriegen. So viele Möglichkeiten, Leute. Heidigsblechle, hier gibt es Kleider. Dann nimm ihr doch gerade mal mit. Und dann trägst du auch noch einen Schikastein am Gürtel. Sondergottet ja da. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwer ganz Wichtiges, oder? Ja, bin ich, Baby. Ach, die Folge ist vorbei, sagt Paul gerade. Ey, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin jetzt schon so drin in diesem Game, dass ich wirklich jetzt die Stunde ging so schnell rum. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.